Telto ist meine Heimat. Hier habe ich mit meinen Eltern gelebt und hier lebe ich heute mit meiner Frau und meinen Kindern. Hier habe ich seit 27 Jahren meine Anwaltskanzlei. Hier bleibe ich. Mir ist wichtig, was aus Telto wird. Wir haben alle Chancen. Wir brauchen eine neue Grundschule und bezahlbare Wohnungen. Wir wollen mit der S-Bahn nach Starnsdorf fahren und in die Zone B. Wir wollen mehr Platz für Sport und Kultur. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl am 24. September. Damit Telto gewinnt.